Nergorix says hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lesplay Minicraft. Heute wieder dabei, Star-Moderator Nergorix und Professioneller Rumpsterzahlerock. Ja, ich bin Professioneller Rumpsterzahler. Ja, Professioneller. Lass mal schlafen, Professioneller. Ich spiele wieder Minecraft in der neuen Version, wo man alles vorlesen lassen kann. Wie geil ist das denn, bitte? Kann man eigentlich den Chat klären? Ich glaube, Minecraft wird jetzt wieder richtig populär nach dem Update. Ne. Oh, habe ich Mod-Rechte? Das ist ja geil. Es wird hier nicht geflogen. You do not have permission to use this command. Nein. Nein. Bist du kein Operat von mir. Sogar das liest er vor, ey. Wo geht man denn jetzt hin? Was machen wir denn heute? Ich hole mir mal wieder Wolle. Wolle, Wolle kaufen. Wir müssen jetzt langsam mal unsere Dekoration da fertig bekommen. Das mit dem Kamin hat nur so halb geklappt. Das ist ne nette Umstrahlung für überhaupt nicht. Und... Also wir hätten irgendwie... Noch eins. Das ist wie bei Arkham Origins, wenn du moderieren wirst und die ganze Zeit redet ihr Alfred dazwischen. Alfred? Ja. Zahl Rock-LP-Setz Alfred. Nergurix-Setz Alfred-Judokust-Wag. Scheiße. Ähm. Da vorn. Nergurix-Setz, er fliegt, er watscht und er schwingt. Hehehe. Eigentlich muss man das aber in einem holländischen Akzent vorlesen. Er quarkt für mich. Und er quarkt für dies. So. Ähm. Am besten ist ja wie er Littchen sagt. Hallo! Rein! So. Ich hab wieder Wolle. Aber ich hab keine Rose mehr. Hol ich mal die Eier und werf ins Haus. Eier. Nergurix-Setz Eier, wir brauchen Eier. Eier. Ich find das ist immer noch der beste Patch, den Minecraft je bekommen hat. No, no, wieder Wolle. Ja, das ist absolut richtig. Und zur Erinnerung an alle. Nergurix-Setz keine Disruptoren für Zahl. Fock. Disruptoren? Ja, ich dachte, wenn ich Disruptor schreibe, dann sagt der das wieder so scheiße. Nergurix-Setz Disruptor. Siehst du? Das ist der Sprecher übrigens wahrscheinlich aus. Bei Disruptoren gibt's ja tatsächlich aus. Im Ostdeutschland. Das ist halt einfach die Google-Standard-Stimme. Wir müssen jetzt irgendwie... Ich suche nochmal ein paar Blümchen. Blümkes. Wie man so schön sagt. Blüm... Wie schreibt man das überhaupt? Nergurix-Setz Blüm-Zickes. Blüm-Zickes. Ich suche rote Blüm-Zickes. Was ist das eigentlich? Das Kies? Das Kies? Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ich machen soll. Außer meinen Stuhl wieder nach oben schieben. Die nächste Investition nach Formel 1 2017 wird der neue Stuhl. Nergurix-Setz Spannend. Nergurix-Setz. Ich finde keine roten Rosen trauriger Smiley. Wir müssten mir das Smiley ausprobieren. Aber das kann er wahrscheinlich nicht. Das ist ein koreanischer weinender Smiley tatsächlich. Nergurix-Setz zwinkender Smiley mit rausgestreckter Zunge. Zahl Rock-LP-Setz weinender Smiley. Ha! Hast du ein Zeichen zu viel gemacht, weil das hätte er sonst auch gesagt. Oder war das sonst trauriger Smiley? Trauriger Smiley. Trauriger ist ein Unterschied, ne? Das stimmt! Zwingender Smiley mit ausgestreckter Zunge. Da schreiben Leute bei dir wieder ein kurzer drittes Mal auf Spiel. Hallo, das ist Minecraft. Ja und? Aber der nächste macht zu meckern. Ach, der guckt sich doch nicht so'n Quatsch für Minecraft an. Der ist viel zu sehr damit beschäftigt, Pro zu sein. Oh, es wird Nacht. Jetzt bin ich schon wieder! Boah! Und ich bin meilenweit weg von zu Hause. Hier sind aber wenigstens gelbe Blümchen. Gelbe! Ich würde auch so'n Schachbrettboden machen, falls wir dich noch rote Rosen finden. Das sieht aber scheiße aus. Rote Rosenblümchen sind gelb! Hier jetzt ganz schön... Das ist gar nicht tief gewesen. Hier gibt's noch andere. Hier gibt's weiße Blumen. Seit wann gibt's denn weiße Blumen? Wer ist neu ab denn? Azur! Das ist aber doch nicht Azur, was ich hier vor mir hab. Ich weiß das eindeutig weiß. Blümchen. Oh, hier sind noch andere. Hier sind Tulpen, oder was sind das? Ja. Gab's die auch immer schon? Ich weiß es nicht. Zahl auf LPs als Belli-i-i-i Megachen. Blü-i-i Megachen, meine lieben Freunde. So, äh... Benjamin, du lieber Elefant. Ich muss ja sagen, ich hab die Serie nie geguckt, ich fand die immer behindert. Nicht geguckt, gehört, hallo? Nee, das hier fehlt's tatsächlich ja nix. Auf Kassette. Warum mega schön? Warum sagt die, weil ich mir doch was dazwischen? Zahl Rock LPs ist Ämmchen. 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 Zahl Rock LPs ist Ämmchen. Äh, Ämmchen kennen wir. Nergorix ist, ich trink nen Sekt vielleicht. Zahl Rock LPs ist Frikandel. Hat ein Hundesprecher, oder was? Was gibt's hier alles für Blumen? Gab's die immer schon? Gibt's Orangenblumen? Ich hab's noch nie gesehen, glaub ich. Ich weiß nicht, wenn man solle. Soll ich noch irgendwas? Auergeschnitten Tulpen. Wenn der Frühling kommt, dann schick dir. Wo das hier eigentlich gar nicht dunkel, wie es vorher wieder hängt. Wunderlamm, sterben. Wenn der Frühling kommt, dann schick dir. Wunderlamm, sterben. Wunderlamm. So, wo ist das? Ich muss hier erstmal... Dann machen wir doch hier unten runter so ne Bär-Tür aus dem Eingang, da der Kamin werden. Kann man denn jetzt eigentlich... Nein. Nee. Dann hol ich ein paar Steine so. Aufgabe gefunden. Hm. Weil das ist alles im Recipe Book. Wie geht denn so ein Recipe Book? Kann man das craften? So, ich glaub ich hab jetzt genug Blümchen gesammelt. Das sind ja auch noch verschiedene. Poppies und Rosebush. Ich hol mal Steine. Wo krieg ich denn Steine jetzt hin? Ja. Mir fällt nichts mehr ein, was ich in die, äh, was ich Google füttern kann hier quasi, das vorgelesen wird. Zahl Rock-El-Pieces, Gabriel Knight. Ich hab den letzten Sepp gezeigt, der fand ich aber irgendwie nicht so gut. Zeck. Ja. Sepp hat ja auch einen komischen Humor. Das wissen wir doch alle. Das ist ja auch ein komischer Humor. Das Schöne ist, er hat ja gesagt, der guckt nie meine Videos, von daher kann ich jetzt alles über ihn ja sagen. Das stimmt. Was ich will. Ja, aber meine guckt er auch nicht. Aber im Gegenzug muss ich auch sagen, ich guck seine Onis. Das stimmt. Der lebt ja auch nicht gut. Der spielt ja auch nur so Call of Scheißdreck und so. Denn, ja, irgendwie so ein Kram. Und halt Formel 1, aber warum soll ich das gucken, wenn ich das selber mitfahne? Das stimmt. Wobei ich hab die letzte Saison komplett nochmal bei Gjormund geguckt. Warum denn bei Gjormund nicht bei mir? Ich brauch doch die Videos. Weil Russland gefehlt hat. Ja, bei Gjormund haben die Rennen davor gefehlt. Ja, aber Russland war da. Ich hab halt nur die Rennen geguckt, die ich gewonnen hab. Oh, du machst das diese Saison auch wieder? Ja, da hab ich mir nichts zu tun. Das wird dann ja schwierig. Ich hab mehr gewonnen als du bisher. Das ist korrekt. Aber ich hab, glaub ich, dreimal so viele Punkte wie du. Ja, das kann sich immer noch ändern. Das ist korrekt. Wir haben ja gerade die Hälfte. Oh, dann kann ich noch Weltmeister werden. Das glaub ich. Nein, nächste Saison wird wieder angegriffen, ab Spanien. Fuck. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir den Totbarn aus Amsterdam. Also wir müssen jetzt irgendwie mal dieses Haus fertig bekommen und dann endlich wieder was Spannendes machen. Hier ist ganz schön hoch. Zum Beispiel? Ja, ins Endgame. Ins Endgame. Glaub ich überhaupt richtig hier? Eigentlich müssten wir mal mit der Formel 1 Gruppe so was wie hier Risiko spielen. Ich glaub ich bin dann in unserem Spawn. Weiß ich nicht, warum kannst du da nix mehr abbauen? Doch, aber hier ist so ein Pilzbium und so häufig sind die doch nicht, oder? Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Nach Hause, nach Hause. Zahle Roy, kannst du mal wieder die Kommentare posten. F-Kreiber-Knopf. So, jetzt neues Feature, haben sie rausgepatcht. Kannst du nicht mehr. Zahle Rock LPs, Minus 1180, 2567. Das ist ein bisschen weiter weg von dem, weil ich hier gerade im Stein abbauen bin, aber... Wir stellen fest, ich bin genau in die falsche Richtung gerannt. Tausend rote, tausend gelbe, alle wünschen. Also nochmal zurücklaufen. Wenn der Frühling kommt, ja dann gibt es Tulpen aus Amsterdam. Nergorix ist rote, gelbe, grüne Baue. Lieber Martin, komm und schaue. Was? Das ist ein Laternelied. Ein Laternelied. Ja. In Ostfriesland macht man das ja sogar, dass man da von Haus zu Haus geht. Das ist aber Halloween. Das ist Halloween. Nein, das ist ein älterer Brauch als Halloween. Würde ich so nicht sagen. Nein. Verkleidet ihr euch dann auch als Batman und so scheiße? Das ist tatsächlich, seit Halloween da ist, kommt das in Mode. Aber in meiner Kindheit war das noch nicht so wichtig so. Es kam dann irgendwann. So, ich gehe nach Hause. Es wird übrigens dunkel. Achso. Danke. Ja, ne. Das habe ich nicht bemerkt. Es war netter Mitfahrer, ich doch bin. Oh, Nergorix, ja, äh. Guck mal, die Wölfe. Hilfe, Wölfe. Nergorix, äh, die nächste von Mainz auf nochmal mal Station für dich. Da ist so ein Rennen dabei, der hat so ein bisschen böse, äh, Erinnerungen bei dir. Moment. 1, 2, 3, 4. Ich habe aber keine bösen Erinnerungen. Meine Lieblingsstrecke. Die bald raus ist, das finde ich so schade. Bitte? Nächste Saison wird mal leise ja nicht mehr gefahren. Oder, ich weiß nicht, ob nächste Saison oder übernächste, aber dann irgendwann... Ja! Ja! Das ist so eine schöne Strecke. Holy shit, aber die nächste Aufnahme ist ja gar nicht mal leise. Ne, leider nicht. Hier brennt der Wald. Der Wald brennt. Ja, der Mai ist gegangen, Nergorix. Die Bäume gehen rein. Hier ist ein riesen Lavasee. Hier ist ein riesen Lavasee übrigens. Du hast doch den Lavasee mal irgendwie fünf Folgen am Stück gesucht. Ja, ich kann dir jetzt sagen, er liegt bei... Hätte ich ja gar nicht so weit weg von unserem Spawn. Ne, eben. Nicht von unserem Spawn, von unserem Zuhause. 14 Minuten wird nichts getan. Das ist wie auf Arbeit. So wie in jeder Strecke zwei Folgen mit. Zahl Rock-LP-Sets, komm mal nach Hause jetzt. Junge, komm doch wieder. Komm doch wieder. Komm doch wieder nach Haus. Ich kenne das gar nicht richtig. Junge. Warum, dass man das alles sieht? Also völlig anders. Guck dir den Dieter an. Der hat sogar ein Auto. 2560. Da muss ich, da muss ich hin. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung, wenn du ihn da rum bist. Junge. Gib lieber den ganzen Soundfax an und lass Google das dicken. Das ist witziger. Zahl Rock-LP-Sets und wie du wieder aussiehst. Löcher in der Nase und ständig diese leeren. Diese Kunstpausen dazwischen. Ja. Wie die Wölfe einfach die Skelette fertig machen, ist ja voll geil. Zahl Rock-LP-Sets. Wir fahren gleich auf. Nergorix. Wagen. Auf. Was? Das wirst du nie sagen, weil entweder bist du vor mir oder raus. Ja, mein Nergorix ist ein sehr positiv korrekter Fahrer. Wenn ich hinter dem bin, dann macht er immer schon Platz. Weil er weiß, dass er am Ende wieder vor mich kommt. Vor allem fährst du in meinem Team. Du bist schneller als ich. Ich habe übrigens gesehen, was der Grund ist, worum ich schneller bin. Und zwar, du bremst in den Kurven immer runter, bis die Linie grün wird. Da ist ein bisschen viel. Ich bremse immer so, dass ich um die Kurve gehe. Ja, aber die Linie muss... Du bremst immer zu wenig bis zu viel Gas. Ja, zumindest deswegen raus. Okay. 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 Du musst hier großschreiben. Du musst hier großschreiben. Oder so. Zahl Rock LPs. Dieser lange Streifen Teer wird kein Leicher sein. Dieser lange Streifen Teer wird steinig und schwer. Okay. Soll ich dich jetzt töten? Hütten oder was? Geh weg! Geh weg! Mach einen Warnschuss. Ich bin aus dem Lokus geflüchtet! Wir müssen übrigens noch eine schöne Toilette dahin bauen. Wir müssen noch so viel machen, aber du machst ja nie was. Zahl, Rock, L, Pieces, hahaha. Jetzt lässt du mal schlafen, Nergorix. Ich hab nicht geschossen, weil ich glaube ich, dass ich dich töte mit diesem Bogen. Der ist nämlich echt stark. Lass mal schlafen. Ja, geht ja nicht, wenn du die Betten klaust. So. Wer hat angefangen mit dem Scheiß Bett abbauen? Zack. Zack. Wer ist damit weggerannt? Wer hat angefangen, Mama. Komm doch mal her! Wir wollen doch schlafen, ey! Hier müssen wir uns doch was überlegen. Okay, dann bleib ich hier. Nö, ich will jetzt nicht mehr schlafen. Ich bin sowieso so ein Nachtmensch. Das sieht auch irgendwie noch komisch.सuen そうですね Bücherregale reinmachen. So. Wat? MMMMNK Nergurixечат Crohn, Mana Mana. Mana Mana. Okay, jetzt kann ich, jetzt kann ich noch. Nee, der kommt mit mir. Ha, 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 ha. Du musst immer den Teil machen, wo du was ändern musst. Ist gut. Nergorex, jetzt muss ich das doch mal machen. Nein, ich kann ja die auch nicht spielen. Ich auch. Zahl Rock Lp, setzbar die BDB, 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 BDB. Das ist das Update, das ist der Shit, ey. Da hätten sie auch als DLC rausbringen können, so wie Risa hat einen Scheiß hier macht, weißt du? Okay. Pst, ich muss mich konzentrieren. Gucken, was für geile Text sind jetzt von Nergorex. Nergorex, ses manama, dip dip, du, pop, du. Mananma, di, bu, du, manama, di, bi, di, bi, di, bi, bi, bi. Was ist das denn? Das ist der Zwischenteil, aber der hat den nicht so geil vorgelegt. Dann macht er eigentlich, du, 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 du. Mananma, bi, di, bi, di, bi, di, bi, di, bi, di. Mach weg. Oh, immer stehen hier Creepers rum. Yay. Ich muss was essen, ich brauche den Magen. Was macht denn das Skelett hier? Zahl, Rock, LP, Hes, Marder, Se, Advancement, Monster Hunter. So, ich wollte irgendwas nehmen. Hes, Marder, Se, Advancement. Hes, Marder, Se, Advancement. Hes, Marder, Se, Advancement. Warum ist es eigentlich ein Advancement und keine... Ja, hat er mir vorgelesen. Warum ist es eigentlich ein Advancement und kein Achievement mehr? Was ist denn der... Was heißt denn Advancement? Was wollte ich jetzt tun? Was wollte ich tun? Was genau wollte ich jetzt... Was wollte ich tun? Und zwar den Kamin können wir als Kamin nicht verwenden, ohne, dass die Bude abfackelt, ne? Ja, okay. Der ist aber egal. Der steht da jetzt. Soll ich den ganz nach oben rausführen? Ja, ne? Ich kann gerade nicht. Baust du den gerade ab, oder was? Ja. Ach, du willst da Hühner reinmachen? Das ist ja... Ein Hund. Komisch. Weil Hunde kann ich da nicht reinwerfen. Gleich keinen Blick mehr aufs Meer. Nero, was machst du denn da? Hunde gibt es immer wieder. Jetzt mach dein Pharaonengrab aus dem Kamin. Ja, den muss ja weg, der Schornstein. Ja, aber der Schornstein, der funktioniert sowieso nicht mehr. Ach so. Ja, ist egal. Das weiß ja keiner. Dann packen wir da Magma-Block an. Ja, ein Magma-Block. Das stimmt auch alles. Ich hol mal ein. Boah, ich habe in dieser Folge schon wieder so viel getan. Ich glaube, ich habe mir jetzt verdient, was zu trinken. Ich muss jetzt mal mein Stuhl wieder nach oben drücken. Boah, was ist denn da kaputt, ey? Alfred! Der Stuhl ist kaputt. Eigentlich hätte ich das auf einen reduzieren müssen, ne? Ich glaube, mit diesen dreien sieht das echt massiv aus. Ich glaube, ich reduziere das mal auf einen. Das ist aber auch nicht mehr so kalt, wie wenn man war. Ich brauche irgendein so einen Bongo, der mir den ganzen Tag den Stuhl wieder nach oben drückt. Nergorix, hast du Zeichen? Nergorix says nein. Nein. Mein Minecraft-Update, das ist ja der Shit. Nergorix says, Moment, lass mich noch mal kurz überlegen. Nergorix says nein. Nergorix sagt. Aber der Kran. Nein, 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 der Kran ist. So, ich habe jetzt zwei Folgen lang schon im Hochmix gemacht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, dann ändere das doch mal. Ja, habe ich doch. Ja, ein Klo bauen, habe ich doch gesagt. Zwei Läcker? Das sieht aber doch nicht schön aus. So baut man doch kein Klo. Ja, ist doch schön. Ja, aber wir wollen doch hier ein schönes Haus bauen. Kein Donnerbalken. Wir haben ja noch ein Kamin mit Hornstein, den man nicht anmachen kann. Ich finde schön, dass unsere Bauten so nutzlich sind. Und dann fällt mir nichts ein. Hier, vor allem, er will immer bauen, nicht? Ja, hierhin kann ich sein, Kim. Und dann kriegt er nichts hin. Du kannst auch noch Fenster hier reinbauen. Im Flur unten ist ja noch kein einziges Fenster. Das stimmt. Das ist wie bei Selbstwiedern. Die Kreativität fehlt. Das stimmt. Weiß ich nicht. Warum haben wir uns heute eigentlich Sepp ausgesucht? Sepp hat mal gesagt, er wäre der Kreativste von allen. Das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Oh. So, so. Wusstest du, dass der mehr weibliche Freundinnen hat als männliche Freunde? Was denn? Steht in seinem Let's Play Forum Profil. Fand ich auch interessant. Warum schreibt man sowas in seinem Let's Play Forum Profil? Also normalerweise, wenn man sowas schreibt, ist es so, dass es eigentlich immer genau umgekehrt ist. Oh, hier ist wieder die Ludwig van Beethoven Bauplatten. Ja. Kannst du nicht noch ein bisschen Kohle, Zyrok? Okay. Dann pack die doch mal in die anderen Öküren. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. So, tschüss. Nein. Ja, dann teile ich doch ein bisschen besser auf. So, baue ich den jetzt. Ich baue mir jetzt ein kleines, äh, Privatprojekt. So, ich wollte eigentlich hier so ein, so ein... So ein Ding. Nö, jetzt sag ich wieder mit Privatprojekten. Aber, ich glaube, was mit diesem Privatprojekt... Da muss ich aber ins Haus, um zu gucken, wo ich anfangen muss. ...auf sich hat, habe ich das hier noch drin? Hä? Wie weit kann man hochgehen? Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nergorix says, macht's gut. Tschüss.